Hallo liebe Freunde, hallo Fans, liebe Zuhörer, wir sind Shubungi and the Maxons und wir sitzen hier im Studio und arbeiten gerade ganz fleißig an unserer neuen Platte, sie soll In Bewegung heißen. Wir haben Bock auf eure Inspiration, auf eure Ideen, damit die Platte so richtig, richtig geil wird und vor allem wollen wir, dass ihr am ganzen Prozess nah mit uns dabei seid und wir uns ganz viel austauschen. Dafür haben wir einen Blog eingerichtet, ihr werdet es auch bei Facebook mitkriegen, aber auf dem Blog spielt sich das meiste ab und da werden wir so einiges posten, wir werden euch fragen, ihr könnt uns fragen, ihr könnt uns eure Ideen mitteilen. So, wir wollen auch direkt damit starten und zwar haben Alex, Frech und Lorain einen richtig geilen Lied gebaut, da steht noch gerne, ist natürlich keine tolle Idee, kein Text und ihr braucht eure Inspiration, wir brauchen eure Kommentare, euer Feedback zu dem Beat. Ihr könnt euch das ganze bei Soundcloud anhören und kommentieren und alles zuschicken, was euch dazu in den Kopf kommt. So, im Endeffekt freuen wir uns auf eure Ideen, dass ihr uns hier das Ruhe bekommt auf unserem Blog und wir suchen auf. Wir waren ja die Wechsel. Okay, bei mir ist es so warm. Ich bin aufgeregt, glaube ich. Okay.